Haus 16 – Fassade und Grundstruktur An dieser Stelle stehen der Neubau und das bestehende Haus relativ eng. Dadurch wirkt einerseits der vordere Platz für sich, andererseits funktioniert darum auch der Eingangshof als solcher. Haus 16 ist ein grundsätzlich monolithisches Gebäude, das sich in einzelne Gebäudeteile aufgliedert. Dabei entstehen spannungsreiche räumliche Situationen. Wie Sie sehen, verlaufen die Außenwände in unterschiedlichen Winkeln zueinander. Das Erscheinungsbild wird durch horizontal verlaufende Fensterbänder bestimmt, die in ihrer Höhe unterschiedlich entwickelt sind. Diese Differenzierung der Höhe entsteht auch durch die unterschiedlichen Geschosshöhen im Büro- und Seminarbereich und durch die Gliederung der Dachflächen in Begrünte- und Terrassenbereiche. Die Fassade ist aus Aluminium. Wir wollten eine vorgehängte Fassade machen. Ihre Gestaltung ist durch die Lochkarte inspiriert, also durch die Anfänge der digitalen Technik. Die Lochkarte also, die man vielleicht die Kinderschuhe des Computerzeitalters nennen könnte. Die Lochstruktur der Fassade ist unten hin geschlossener und nach oben hin wird die Dichte der Löcher erhöht. So entfernt sich die Lochstruktur wieder vom rein technischen und löst sich nach oben hin auf. Es wurden aufwendige Tests zu Windgeschwindigkeit und Geräuschbildung, zu Insekten- und Vogelverhalten gemacht. So ist dieses Bild entstanden. Das ist eine handwerklich sehr aufwendige Arbeit. So wird auslineller. So sind die Schausel der Gäbbar macht. So müssen bilden undbt nicht die Ruby werden. So�ann hat das drittend. Vielen Dank.